Ein neuer Renault Captur steht hier zum Verkauf. Der schwarze SUV ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Der SUV besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Alufelgen, Bordcomputer, ESP, Einparkhilfe und noch vieles mehr. Der sparsame Benziner hat eine Leistung von 90 PS und wird über ein 5-Gang-Schaltgetriebe gesteuert. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF, 2020